So, dann wollen wir die Seite mal mit den Inhalten füllen, dieser Webbaukasten, der ist so aufgebaut, dass wenn ich hier mit der Maus auf die einzelnen Elemente draufgehe, draufklicke, entweder beim drüberziehen, tauchen Elemente auf, dass ich das Element verschieben kann, ich kann es löschen, oder hier gäbe es noch die Möglichkeit zu bewegen, zu kopieren oder diesen Rahmen mit Bildern oder Filmen zu füllen. Wenn ich hier in einen Textrahmen reingehe, dann geht hier auch eine Text-Toolbox auf, ich kann hier den Text markieren, dann kann ich sagen, entweder Fett, Kursiv, Unterstrichen, ich kann die Schrift größer machen, ich kann sie kleiner machen, dazu muss natürlich alles markiert sein, und ich kann auch die Textfarbe ändern, kann die hier entsprechend aussuchen, allerdings muss natürlich der Text hier natürlich zuerst markiert sein. Probieren wir es nochmal, irgendwie hat es gerade nicht geklappt, markiert, Farbauswahl, na gut, vielleicht muss man hier auch den Text erstmal reinschreiben. Ja, das will er schon mal nicht, keine Ahnung warum, dann gehen wir weiter zum Hintergrund, vielleicht schafft es ihr ja, Bild, Bilder hinzufügen, und hier habe ich jetzt entweder eine Wibli-eigene Galerie, wo ich hier Bilder aussuchen kann, oder ich sage Bild hochladen, ich habe hier auch Bilder mir zurechtgelegt, Hintergrundbild, hier ein schönes, dann wird das hier hochgeladen und dann wird das hier entsprechend ersetzt. So, probieren wir nochmal dieses, ähm, noch speichern, probieren wir es nochmal mit dem Sommergedicht, die Farbe zu verändern, da ist zwar die Farbe schon eingestellt, aber er wollte das nicht nehmen, na gut, vielleicht bringt es ihr hin und ihr erzählt mir dann, wie ihr das geschafft habt. So, dann, äh, Titel haben wir schon drin, Text, ziehen wir mal hier in dieses Feld ein Textfeld rein, hier steht dann zur Bearbeitung klicken, ähm, und so wie ich das sehe, muss ich wohl dann meinen Text, den ich da haben möchte, kopieren. So, da haben wir hier den Text. Und dann klicken wir hier rein, einfügen, mal schauen, ob wir hier die Textfarbe ändern können. Gut, Textfarbe geht nicht, schauen wir mal bei Veröffentlichung, äh, wie sich das ausgewirkt hat. Na gut, wenigstens ist da der Text da, das habe ich auch schon erlebt, man hat Text eingefügt, ähm, hat es gespeichert und veröffentlicht, und der Text, äh, ist aber nicht aufgetaucht, was da im Hintergrund genau dann abläuft, das kann ich euch da leider nicht sagen. So, also, ähm, hier oben, äh, den Titel, den könnte ich auss, äh, schalten oder durch ein Logo ersetzen, wir lassen es hier mal. Und dann gehen wir hier auf den Bereich Bilder. So, ähm, hier können wir auch sagen, mal schauen, vielleicht kriegen wir es jetzt mit der Schriftfarbe hin. Ja, mag er nicht, ähm, dann hier, den Hintergrund, den bearbeiten wir auch wieder. Diesmal nehmen wir vielleicht eine Farbe her. Das sieht zwar nicht so ganz sommerlich aus, brauchen wir doch etwas anders. So, okay. Gut, äh, in dem Bereich, Bilder, Sommerimpressionen, ähm, haben hier ein Feld, ähm, da nehmen wir jetzt mal eine Galerie mit rein. So, und dann steht hier auch schon, Bilder hochladen, klicken wir hier drauf, hochladen, Datei von dem Computer. So, und hier haben wir schon die Galerie Bilder. Ja, das ist, das sind diese drei hier. Dann sagt man öffnen. Und die werden jetzt nacheinander hochgeladen. So, und dann haben wir hier diese Galerie Bilder drin. Ähm, jetzt machen wir einen zweiten, äh, Bereich auf. Also, das war hier Galerie. Und als nächstes folgt die Diashow. Ziehen wir hier unten auch rein. Hier, äh, kann man sogar noch, ähm, das Layout dieser Slideshow auswählen. Ich, ähm, mache das einfach mal bei dem ersten hier. Hier brauchen wir wieder Bilder. Reihenfolge ist jetzt erstmal egal. So, und wenn die Bilder hochgeladen sind, dann kann man sie noch nehmen. Und in eine entsprechende andere Reihenfolge, äh, ziehen. Man kann auch hergehen und sagen, ich, äh, füge hier eine Beschriftung hinzu. Ähm. Mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Hier noch gar nicht. Dann klickt man hier auf Speichern. Und hier unten haben wir dann die entsprechende Diashow, die dann praktisch von selber abläuft. Schauen wir mal bei Veröffentlichung, wie das Ganze dann wirkt. Und, also, Home haben wir schon gesehen, Bilder. Wenn man hier draufklickt, geht das Bild also ganz groß auf. Und man kann sie hier entsprechend durchklicken. Und hier unten, diese Diashow, die läuft praktisch von selber schon durch. So, wenn man jetzt hier, äh, wenn man sagt, Mensch, ähm, das gefällt mir nicht, dieses Programm ist so aufgebaut, dass die Inhalte von oben nach unten in einem gewissen Abstand aufgefüllt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier, äh, ein bisschen mehr Abstand haben möchte, dann muss ich auch hergehen und sagen, okay, ich möchte hier, ähm, einen, äh, Teiler haben. Mal schauen, ob er das akzeptiert. Teiler ist einfach nur so eine Linie. Oder ich könnte auch hergehen, probieren wir es mal hier, ähm, mit einem Abstandshalter. Wo ist mein Abstandshalter? Hier. Und da kann ich auch diesen Abstand dann entsprechend, ähm, einstellen, indem ich hier mit der Maus runterziehe und diesen Abstand praktisch größer ziehe. So, das war jetzt der Bereich Bilder. Kommen wir zum Bereich Filme. Also hier wieder das gleiche Spiel und Hintergrundbild. Bild hinzufügen. Bild hochladen. Dann speichern. Ähm, hier lösche ich einfach mal diesen Textrahmen und hier unten in diesem Bereich, da ziehe ich mal ein, ein YouTube-Video rein. Mal schauen, wo es jetzt reinging. Ja, hier unten. Ja, hier unten. Und das ist natürlich nicht das, was ich, ähm, haben möchte. Das heißt, äh, wo ist denn mein Anfasser? Ach so, in der Mitte muss ich drauf gehen, genau. Und jetzt brauche ich schnell diese URL. Hier, äh, hier muss man auch schauen, äh, wo man selber die Rechte daran hat. Also nehme ich hier mein eigenes. Und dann müsste das funktionieren. Und dann müsste das funktionieren. Jetzt hat es funktioniert. Wenn ich sage, veröffentlichen, komme ich hier auf die nächste Seite, filme. Und wenn ich hier drauf klicke, dann spielt das Video entsprechend ab. Gut, ähm, das war jetzt ein YouTube-Video. So, dann schauen wir uns, ähm, die Karte hier nochmal an. Die mache ich mal unter Bilder rein. Äh, ich ziehe also dieses Symbol hier drunter. So, äh, standardmäßig ist hier San Francisco angegeben. Hier ist oben auch die Adresse. Machen wir mal hier. Markt in das Dorf. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Genau. Dann haben wir hier die Karte von Markt in das Dorf drin. Können das Ganze wieder veröffentlichen. Und dann nachschauen, wie es aussieht. Schaut gut aus. Genau, schaut gut aus. Okay, also Karten können wir hier auch reintun. Ähm, jetzt machen wir noch ein Dokument rein. Dazu gehen wir in den Bereich Downloads. Hier können wir wieder das Hintergrundbild ändern. Bild hinzufügen. Dann mache ich jetzt einfach mal das hier. Auswählen. So, dann schauen wir mal. Äh, Dokument müssen wir aufpassen. Es gibt nur ganz bestimmte Dateiformate. Wir probieren es jetzt erstmal mit Datei. So, dann hier draufklicken. Datei hochladen. Dann nehmen wir mal die Präsentation her. Okay. Okay, dann haben wir hier also die Präsentation hier oben. Wenn wir hier sagen, wenn wir hier sagen, veröffentlichen. Downloads. Und dann kann man sich hier diese Datei herunterladen. gut, dann noch ein kleiner Hinweis. Diese kleine Schaltfläche zum Beispiel, da kann ich umschalten auf die mobile Ansicht von meiner Seite. Und ich kann die auch dann genauso steuern, wie dann später, wenn man die Seite von einem Smartphone aus anschaut. Also hier dann Bilder, Bildergalerie. Das ist natürlich eine ganz andere Aufteilung hier. Und hier noch die Karte. Und dann Filme hatten wir auch. Und dann hier noch der Download-Bereich. Okay. Und dann. Also. Untertitelung des ZDF, 2020